Yo, 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 meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Rocker News. Es ist mal wieder soweit, es sind ein paar Sachen passiert und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Diesmal geht es, leider ist es eine traurige Nachricht, die ich nicht so ganz verstanden habe. Da gehen wir aber gleich noch dazu. Es geht um jemanden, den ich damals in meiner aktiven Zeit selber persönlich kennengelernt habe. Und zwar geht es um den Bruder Aikud aus Köln. Und ja, er wurde jetzt festgenommen in Mabea. Die Vorgeschichte, um die mal kurz einmal zu erklären, ist, es gab 2019, glaube ich, eine Schießerei mit einem Hells Angels in Köln. Er hat daraufhin zwei Jahre bekommen. Seine Frau wurde auch verurteilt wegen angeblich irgendwie, die soll irgendeinen reichen Schweizer irgendwie reingelegt haben. So von wegen, ich habe Kinder von dir, aber das waren eigentlich nicht seine Kinder. Und deswegen da Geld abgezwackt und so. Jetzt ist aber die Sache, die ich nicht verstanden habe, der Aikud hatte Dingens, sag mal schnell, der hatte offener Vollzug und alles, hätte er gehabt. Ist dann aber jetzt auf Flucht gegangen und dementsprechend, Flucht ist nicht strafbar, ne? Du kriegst keine härtere Strafe, aber die Lockerung, die er da hatte, die wird er dann jetzt halt nicht mehr kriegen, ne? Zumindest sagt die Staatsanwaltschaft, es wäre Flucht gewesen. Da müssen wir mal gucken, wie das am Ende tatsächlich aussieht, weil es wurden auch immer wieder Gründe genannt, warum er noch nicht antreten kann, den Haftantritt. Und da muss man jetzt mal schauen, ob die dann gerechtfertigt sind. Das wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das dann nochmal vor Gericht landet oder ob es dann einfach so entschieden wird, von wegen, ja, ist so scheißegal, ist jetzt so. Auf jeden Fall, gehen wir mal kurz in den Bericht rein. In Mabea hatte ich ja letztens über die Hells Angels geredet, in Spanien. Und jetzt ist in Mabea aber noch was anderes passiert. Und lustigerweise steht das in einem gewissen Zusammenhang. Es war in Mabea, ging es um 11, 12 Tonnen Kokain irgendwie, die da beschlagnahmt worden sind. Und die angeblich den Bandidos zugeordnet werden, einem belgischen Bandido. Wie gesagt, was da immer so dran ist, das sind die öffentlichen Medien. Ich habe zu der Sache gerade keine interne Infos. Aber man darf den Medien nicht immer alles glauben, was die so erzählen. Deswegen sage ich, bin ich da immer vorsichtig mit den Aussagen. Und gebe hier an dieser Stelle nur das wieder, was die sagen, ja. Und wir springen mal rein in das Video auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Kann man mal sagen, ne. So, machen wir mal hier den Hintergrundgebimsel weg. So. Der Bandido-Boss. Also allein die Bezeichnung, ne. Dass die da sagen, oh, der Bandido-Boss. Er war halt Presi von einem großen Chapter, ne. Aber sozusagen Bandido-Boss. Das Versteckspiel des Rockers nochmal zusammen. Jetzt ist's vorbei mit der Übeltäterei. Der Rübel-Rocker Aikud Ö ist gefasst. Nach fünf Monaten Flucht, geschnappt, Flucht, geschnappt Spiel. Und das, obwohl du dich, lieber Aikud, doch immer für den Schlaueren gehalten hast. Aber alles auf Anfang. Im Juni 2020 wird Aikud Ö, Boss der Bandidos, festgenommen. Ja, auch wieder Boss der Bandidos. Ne, er ist nicht der Boss der Bandidos. Er ist der Chef der Kölner Prisis, äh, der Kölner gewesen. Der Kölner Bandidos. Aber noch nicht der Boss der Bandidos. Wird so dargestellt, als wenn er National gewesen wäre oder so. Ist auch wieder super. Hauptsache, Hauptsache reißerisch das Ganze machen, ne. Hauptsache auf, äh, keine Ahnung. Haha, wir machen uns drüber lustig, dass jemand in den Knast geht. Grund, eine Schießerei mit den befeindeten Hells Angels in der Nähe des Kölner Doms. Aber der Protzrocker hat Glück. Wegen unerlaubten Führens einer Schusswaffe wird er nur zu zweien... Aber der Protzrocker hat Glück. Okay. Also, Mann, ey, das ist so bezeichnend, ne. Ich, ich muss eigentlich die ganze Zeit stoppen, weil, weil mir so eine Berichterstattung so auf den Sack geht. Warum machen die das nicht normal? Warum machen die das nicht so auf seriös? Warum müssen die das so reißerisch machen? Der Protzrocker. Übrigens sind auf dem Bild nur Platzpatronen. Ähm, aber der, also, weiß ich nicht, verstehe ich nicht ganz. Weil der, weil, weil der Kohle hat und weil er Lamborghini fährt, ist er der Protzrocker. Mhm, okay. Und wenn andere Superstars mit, mit, wenn, wenn irgendwelche Superstars mit, äh, mit den Autos rumfahren, dann sind sie auch immer alles Protzer. Weißt du, in, in Deutschland ist jeder ein Protzer, der irgendwie ein Lambo fährt. Schöne Grüße an Montana Blick. ...eineinhalb Jahren Haftstrafe verurteilt. Und das sogar auch noch im offenen Vollzug. Die Haft... Oder nee, du bist auch Protzer, wenn du Benz fährst, ne? Wenn du eine S-Klasse fährst oder so, bist du ja auch schon ein Protzer. Muss nicht mal ein Lambo sein. Der 33-Jährige aber nie an. Erst musste Aykut Ö angeblich sein Haus in der Türkei verkaufen. Dann hatte er Corona. Und am Ende zwickte auch noch der Rücken. Ein Hexenschuss. Arme Aykut. Ich finde das geil, dass man, dass man die Haft aufschieben kann, wenn man sagt, ey, ich muss noch ein Haus verkaufen. Chill mal kurz. Das ist interessant, ey, ehrlich. Habe ich so auch nicht gewusst. Der Staatsanwaltschaft wird das zurecht zu Bund. Und die erlässt deshalb Haftbefehl. Doch in Köln war Aykut gar nicht mehr. Der Rüpelrocker einfach abgetaucht, spurlos. Knapp zwei Monate später wird er... Der Rüpelrocker. Der Protzrocker. Also, ey, die sind echt... Weiß ich nicht, ey. Die sind echt zu geil vom Bild. Aber in der spanischen... Also, ey. Hauptsache, Hauptsache jemanden einen mitgeben, der sowieso schon in den Knast muss. Urlaubsstadt Marbella dingfest gemacht. Und das bei einem abendlichen Spaziergang an der Promenade. Tja, Pech gehabt. Ausgerockt. Nach zwei Monate... Tja, Pech gehabt. Solche Leute, ne? Die immer so schadenfroh über solche Sachen reden. Mann, ey. Dem wünscht man manchmal selber mal sowas, ne? Diesen schickimicki Leuten, dass irgendwie mal... Einer aus deren Umfeld mal wegen irgendeiner Scheiße mal in den Knast kommt oder so. Guck mal, ich sag nicht, dass er nichts gemacht hat, dass er ein Unschuldsengel ist, ne? Auf gar keinen Fall. Ähm, aber... Ich weiß nicht. Bei uns gibt's ja... Es gibt ja nicht umsonst den Spruch... So Knast wünschst du auch deinen Feinden nicht. So, weißt du? Ähm, aber von sowas haben diese Leute überhaupt keine Ahnung. Deswegen, ey. Parallelwelt, ehrlich, ey. Die leben in einer anderen Welt. Die Politiker leben schon lange in einer ganz anderen Welt. Die haben überhaupt keinen Bezug mehr zur Bevölkerung. Und innerhalb der Bevölkerung, Alter, ist auch alles Katastrophe. ...flucht ist der Kölner Rocker Aykut Ö in Marbella festgenommen worden. Auch da, was da steht, ausgerockt. Oh Mann, ey. Bild, ey. Aykuts Antwort, die ließ nicht lange auf sich warten. Der König von Köln ist noch lange nicht ausgerockt. Also ihr schreibt sowas Behindertes wie ausgerockt. Und dann, wenn man wieder freikommt und sich darüber lustig macht, über das ausgerockt, dann heißt es, lacht über die Justiz. Alter, der hat euch ausgelacht, Mann. Ey, die Bild, ey. Die machen sich auch keine Freunde, ne, die Leute. Aykut Ö hält die Justiz und uns von Bild zum Narren. Wie konnte das passieren? Die spanische Polizei ließ ihn mit einer elektronischen Fußfessel und Meldepflicht wieder frei. Wieder verschwindet Aykut und wieder führt er die Behörden an der Nase herum. Und dann vor zwei Wochen der Durchbruch. Bei einer Großrazzia geht Aykut den Behörden zufällig als Beifang ins Netz. Die Beamten finden 11,5 Tonnen. 11,5 Tonnen weißes Gold auf einem, naja, großen Schiffscontainer. Au, 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 au. 11,5 Tonnen, Alter. Das ist, äh... Da blutet das Herz, du. Wenn sowas wegkommt, ne? 11,5 Tonnen. Willst du jetzt gar nicht hochrechnen, ne? Aber es ist verdammt viel Geld. Und nein, es ist kein Mehl, das die Polizei dort gefunden hat. Die Spur führt zu sein... Weißt du, so viele Leute nehmen's. Von einer Seite werden 11 Tonnen gefangen, ne? Von der anderen Seite kommen 100 Tonnen wieder ins Land. Es ist einfach... Naja. ...einem belgischen Rockerkollegen und Banditischef Gerd Frieson, der zufällig auch in Marbella wohnt und... Aber Marbella fett, ja? Ich glaub, ich muss auch mal Marbella Urlaub machen, Alter. Sieht echt nice aus da, die Ecke. Warten Sie mal, wer sein Nachbar ist. Hm, genau. Deutsche und belgische Spezialeinheiten stürmen die Wohnanlagen und bringen den Rüpel-Rocker in die JVA Remscheid. Es hat sich tatsächlich ausgerockt. Mit dem Protz ist es jetzt erstmal vorbei. Vielleicht darfst du, lieber I-Code, aber wenigstens deine lilafarbene Couch mit in die neue Zelle nehmen. Tja, wer zuletzt lacht... Och, die lilafarbene Couch mit in die Zelle nehmen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oh Mann, Alter. Wie schadenfroh die sind. Wie schadenfroh die sind. Das erinnert mich an die Dings, Alter, wo die BILD sagt, Flair, Kettenhund der Abou-Chakas oder so. Am besten. Tja, uns zugeschaltet ist jetzt der BILD. Oh, die sich freut. Lustiger Beitrag. Wirtschaftreporter Frank Schneider. Frank, das klingt wie eine Posse, ist es aber nicht. Naja, was heißt, es ist keine Posse. Es ist folgendes gewesen, er hat es halt einfach clever angestellt. Er hat die Justiz genarrt, nicht nur in Deutschland, auch später in Spanien. Erstmal muss man ja mal sagen, die Strafe, die er bekommen hat, war extrem milde. Man konnte ihm eben keine Tötungsabsicht unterstellen. Man konnte auch nicht ausschließen, er hat in Notwehr gehandelt bei dieser Auseinandersetzung mit den Hells Angels. Und dann hat er nur zweieinhalb Jahre bekommen, wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Und er hat auch sogar offenen Vollzug bekommen. Man könnte ja eigentlich denken, der muss wirklich drei Purzelbäume schlagen. Das ist so glimpflich davongekommen. Das ist die Sache, das ist das Einzige, was ich bei dieser Thematik nicht verstehe. Du weißt, du musst rein. Du bist ja nicht so, guck mal, jemand, der auf Flucht geht, der chillt nicht in Spanien. Jeder weiß, da kann internationaler Haftbefehl kommen. Und deswegen chillst du nicht in Spanien, sondern du chillst in Ländern, wo es kein Abkommen gibt, ja? Bosnien, Türkei, so. Als Beispiel, nur mal um zwei Beispiele zu nennen. Und deswegen, es kann man nicht wirklich sagen, der war in Mabea auf Flucht. Das ist irgendwie, ich glaube ja, dass das ein bisschen, also wie gesagt, ich habe keine Insider-Infos, aber ich denke für meinen Teil, der war überhaupt nicht auf Flucht. Das waren einfach so Spielchen, um die Haft hinaus zu zögern. Mit Anträgen stellen und so weiter. Und dass er dann letztendlich dann schon angetreten wäre. Der Anwalt muss ja da auch, also der hat ja dann die ganze Zeit Kontakt mit seinem eigenen Anwalt. Und der wird ihm ja auch irgendwas gesagt haben. Also ich glaube nicht, dass das genauso ist, wie das hier jetzt dargestellt wird. Ich gehe wirklich davon aus, dass er dachte, er könnte noch mit Anträgen weiter die Haftstrafe hinaus zögern. Und die haben dann einfach einen Haftbefehl erlassen und ihn dann gepackt in Spanien. Weil, wie gesagt, Spanien ist kein Land, wo du dich dann versteckst, wenn du in Deutschland gesucht wirst. Und ich weiß ja nicht, für wie dumm die dann jemanden halten. Also der weiß das schon. Er hat dann entschlossen, ich will auch nicht in den offenen Vollzug, ich will auch nicht nachts in der Zelle schlafen. Und hat dann eben immer Dinge vorgeschoben. Wir haben es eben im Beitrag gehört. Erst war es angeblich ein Hausverkauf, dann war es Corona, dann war es ein Hexenschuss. Aber die Atteste fehlt. Und dann haben die Behörden irgendwann gesagt, uns reicht es. Wir beantragen einen Haftbefehl. Das hat er natürlich mitbekommen und ist dann abgetaucht nach Marbea. Dann gab es einen internationalen Haftbefehl, der wurde auch dort vollstreckt nach zwei Monaten. Dann hieß es aber, er darf gegen Meldeauflagen und eine Fußfessel wieder auf freien Fuß. Und die deutschen Behörden sollen ihn abholen. Als die dann kommen wollten, war er erneut abgetaucht. Und dann kam es eben zu dieser großen Razzia. Und da hatte er das große Pech, dass er in der Nachbarwohnung wohnte, des dort beschuldigten belgischen Rockers. Und die Polizei hat natürlich das Objekt observiert vor dem Zugriff. Und haben dann gesehen, oh, wer geht denn da ein und aus in dieses Haus? Wer wohnt denn da auch noch? Den suchen wir doch auch. Ja, und so kam es zum Zugriff. Und jetzt ist er überführt worden vor zwei Tagen und sitzt in der JVRM-Scheit. Mit offenem Vollzug ist es jetzt jedenfalls erstmal vorbei. Also es hört sich alles eher nach so Zufallstreffern an, wie du es schon beschrieben hast. Warum glänzt die Polizei da so gar nicht? Naja, was heißt die Polizei glänzt nicht? Erstmal ist es ja so, dass der Haftantritt, der hat die Polizei nichts mitzutun. Der Haftantritt, da hat ja auch keiner mit gerechnet. Bei zweieinhalb Jahren offenem Vollzug ist es jetzt nicht unbedingt eine Strafe, wofür man abtaucht und sozusagen größeren Ärger riskiert. Und die spanischen Behörden haben auch gesagt, naja... Eben drum, eben drum, das ist ja das. Das ist ja das, warum ich meine Theorie da aufstelle. Zweieinhalb Jahre offener Vollzug ist nichts, wofür du abhaust. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er da wirklich abgehauen ist, sondern dass es einfach darum ging, die Haftstrafe ein bisschen aufzuschieben. Und dass das hier jetzt ein bisschen verdreht wird. Ja, das ist halt unerlaubter Waffenbesitz. Das ist jetzt nicht so ein schwerwiegendes Delikt. Und es sind nur zweieinhalb Jahre offener Vollzug. Dafür sperren wir den jetzt hier nicht länger ein. Außerdem hat er auch beteuert, er lebt dort mit seiner Familie, mit seinen drei Kindern, seiner Frau. Und er will einfach nur in seinem Haus bei seiner Familie sein. Und er stellt sich den deutschen Behörden. Und das hat er aber eben nicht gemacht. Und daraus hat man jetzt gelernt. Deshalb, wie gesagt, sitzt er jetzt eben nicht mehr im offenen, sondern im geschlossenen Vollzug. Und wird seine zweieinhalb Jahre wahrscheinlich dann auch wirklich bis zum letzten Tag verbüßen müssen. Er war Chef der Bandidos in Köln. Ist Köln jetzt ein Stück sicherer? Naja, ein Stück weit sicherlich schon. Es ist immer die Frage, es wachsen ja in diesen Strukturen auch immer wieder Leute nach. Manchmal ist es auch so, dass solche Festnahmen oder Verhaftungen auch eher zu Auseinandersetzungen führen. Weil dann entsteht ein Vakuum in der Szene. Andere wollen da reindrängen. Andere wollen Führungspositionen. Andere wollen mehr Geld verdienen. Und dann gibt es auch zusätzlichen Ärger. Nur man muss sich ja nochmal vergegenwärtigen. 2019 gab es in Köln auf den Ringen... Ja, normalerweise ist sowas schon... Also das zieht sich schon so lange. Das wird sich schon alles längst geklärt haben. ...einen regelrechten Rockerkrieg. Der damalige Polizeipräsident, auch jetzt noch Polizeipräsident Uwe Jakob, sagte damals in einer Pressekonferenz, das sei wie im Wilden Westen. Da würde mit hochkarätigen Waffen herumgeschossen. Und das ließe die Polizei nicht zu. Die Polizei hat das auch massiv verstärkt. Hat auch massive Einsätze gefahren. Die Situation hat sich auch wirklich deutlich beruhigt. Insgesamt hat sich die Rockerszene ein wenig beruhigt. Sie haben das Kuttenverbot. Sie können sich nicht mehr martialisch zeigen. Aber in Köln brodelt es immer. Man muss wissen, in Köln die Ringe waren lange in der Hand von den Hells Angels. Dann wurden sie schwächer. Und dann drängten eben Aykut mit seinen Banditos dort hinein. Dass er jetzt sitzt, kann sein, dass es erstmal Ruhe bringt in die Szene. Die Straßen etwas sicherer macht. Aber diese Schießereien, die wir vor zwei Jahren noch erlebt haben, sind zum Glück in der jüngsten Vergangenheit ausgeblieben. Wir hatten allerdings einen Fall innerhalb der Hells Angels, wo möglicherweise auch als ein Strafauftrag auf einen Rocker geschossen wurde. Er wurde zum Glück verfehlt. Ist jetzt unter Polizeischutz. Ja, die Sache, darüber hatten wir ja schon geredet mit dem Saman da in Köln, mit dem Kampfsportler. Und in der Szene brodelt es immer. Es geht um sehr viel Geld. Es geht gar nicht mehr um dieses Rocker-Dasein wie früher. Die haben alle gar keine Motorräder. Teilweise gar keine Führerscheine für Motorräder. Sondern es geht einfach darum, unter diesem Deckmantel... Das ist halt auch... Da verwechselt die Bild jetzt auch wieder irgendwelche Streetgangs mit den großen Motorradclubs. Also mir ist kein einziger Bandido-Member bekannt, der keine Harley hat und der keinen Motorradführerschein hat. Okay, Führerschein kann sein, dass vielleicht der eine oder andere keinen Führerschein hat. Äh, aber auch das wird eigentlich nicht mehr gemacht, weil das immer Ausfahrten gefährdet, ne. Weil du brauchst eine Harley, aber du brauchst keinen Führerschein. So, ähm, aber, äh, das ist einfach Bullshit. So, das ist einfach Bullshit. Bei so Streetgangs und so, ja, dann ist das so. Tribuns, United Tribuns hat MC-Chapter. Also Motorradclub-Chapter. Und, äh, die haben Chapter, Streetgang-Chapter. Die einen haben eine Harley-Pflicht und haben deswegen MC auf der Kutte. Die anderen nicht. So. Ne, oder was es da früher gab mit Osman Germania und so. Ja, das sind, das ist, die haben sich, die haben sich ja, die waren ja sogar BC, ne. Oder hier, wenn dann so, so Mongols oder so aufpoppen hier in Deutschland. Also Clubs, die noch nicht wirklich Fuß gefasst haben. Aber ich sag mal so, die, die drei großen Clubs, ja. Hells Angels, Bandidos, Gremium. Alter, von denen fährt jeder Motorrad. Ne. Das ist einfach auch Schwachsinn wieder hier. Rocker-Daseins-Kriminelle-Geschäfte zu führen und möglichst viele illegale Gewinne zu machen. Gewinne, 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 meine Freunde. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Okay, jedes Los ein Gewinn. So, okay, sind wir fertig mit dieser Sache. Ähm, ja, was soll ich noch mal sagen? Free I-Code an dieser Stelle. Hoffentlich klärt sich das alles noch und er kann trotzdem in offenen. Ähm, weil ich das so, wie gesagt, hier nicht glaube. Ähm, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und, ähm, ansonsten würde ich sagen, hau da rein, ich bin raus. Peace. I-Code an dieser Stelle. 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 I-Code an dieser Stelle.